Und herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Der Kampf mit den Namenbären geht weiter. Ich versuche den mal hier aus dieser dämlichen Höhle auszulocken. Mal sehen, ob es so einfach funktioniert. Was haben wir hier? Oh, super. Ich würde sagen, so einfach funktioniert das nicht. Weil draußen habe ich extra nochmal ein bisschen Holz gesammelt. Dass wir den irgendwie erlähnen können. Ja, da gibt es nämlich auch noch Bienen. Äh. Ich gehe zum Kreis hier oben. Ähm. Jetzt müssen wir uns mal den Weg merken. Wo er die Frage ist. Wo ist er? Kommt er auch nachts raus? Kommt er nicht nachts raus? Jetzt fährt er noch mal ein bisschen. Ich bin da eigentlich nicht so großartig. Wo bringt er jetzt rum? Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Ähm. Wir sind da an einem ganz anderen Ort. Was ist denn hier mit? Ah, jetzt ist er schon wieder. Ah, jetzt wieder raus, wa? Ah, jetzt wieder raus. Gibt es ja auch nochmal einen Höhenengang. Glaube nicht. Ähm. Ja, ganz super. Jetzt können wir ihn suchen, oder wie? Hier. Ähm. Uh. So. Nur wo suche ich nach ihm? Ah, warte mal. Ich mach das mal anders. Gib mir jetzt einfach mal... So. Der muss ja irgendwo da hinten sein. Ähm. Knochen voll. Super. Es gibt zwei Eingänge. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Die Frage ist nur... Wo ist er? Ich habe gerade die Befürchtung gelockt. Und die Hand ist genau richtig. Da oben sagt. Stachelbombe. Wie macht man das? Und los jetzt. Wie kommt er uns auch hinterher? Wie kommt er nicht? Feige Stück. Und los jetzt. Oh, Scheiße! Okay, da wird meine Falle nicht gepackt. Oh, komm da ja! Komm doch! Komm mal hier! Komm doch mal ran! Komm doch mal hier! Komm mal ran hier! Hallo! Scheiße! Jetzt kommt er wieder ab. Ist das ein mieses Stück! Okay, wollen wir nochmal. Komm mal ran hier! Ja! Oh, das wollte ich jetzt nicht. So, Falle haben wir gelegt. Dann ziehen wir noch einmal. Und da bisher! Ja! Na! Oh! 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 Ah! Oh! 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 Ich bin jetzt! Oh! so kommst du na komm 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 na bitte warum hast du dich denn immer geht doch geht doch mit dir ne heim mal deine Wunden ne, mein Kleiner na komm wir gehen oh, da ist der Wilder jetzt mal gucken, dass ich hier wieder rauskomme das ist mich ja hier in der Lage gebracht das geht gar nicht so ey, wegen dir habe ich so viele Holzfach spendet ja, so bin dir ne immer ran hier ja ist ja ein ganz feiner ne ja und ich will jetzt echt nicht wissen, wie der Kampf mit dem Mammut ist macht bestimmt auch sehr viel Spaß so erstmal irgendwie hier rauskommen irgendwie weiß man nicht wie, aber na hast du den Ausgang gefunden oder was ähm äh, wo ist denn jetzt jeder Ausgang? ähm da irgendwo ich würde sagen hier oder? ja ich würde mir gerade vor, ob wir hier schon mal waren äh hallo schöne Scheiße äh ok dann probieren wir einfach mal, dass wir hier uns irgendwie der Ausgang ist ja direkt neben uns nur die Frage ist wo? hier muss der Ausgang werden, oder? ist das hier ein Ausgang? ja mein Glück auch ja ist ja gut ja ist ja gut ja ist ja gut ja ja wir haben hier ein bisschen Holz mitgenommen krass okay äh L class Jürgen okay dein ý äh äh Ah äh Sent 忍 oás oh ην jürgen n du musst ja nicht, wa? Da ist gerade richtig die Schnurze voll. So, der geht hier. Und dann müssen wir nochmal. Und wir machen einfach mal eine kleine Schnellreise. Oh, Junge, Junge, Junge. Was jetzt? Großer Teddy. Zauberhaft. Und was hier besonnen hat? Nein. Da haben wir ein Lagerfeuer. Hier haben wir eine Schnellreise. Da haben wir ja noch zwei Messierchen. Einmal hier. Einmal dort. Passt. Nehmen wir hier hin. Würde ich sagen. Hier. Ja. Also, wo ist denn der Teddybär hier? Ah, wo ist der Teddybär? Können wir doch nicht reden? Ne, kommen wir nicht. Okay. Dann halt nicht. Aber wisst ihr was? Na, komm. Komm mal ab. Los. So. Auf ihn kann man wenigstens reiten. So, wen haben wir denn eigentlich hier noch? Schneeblutwolf. Okay. Ist noch nicht verfügbar. Okay. Ähm. Dann frage ich mich jetzt gerade. Wozu der Mammut? Ach, hier unten ist ja auch. Oh Gott, das will. Hier unten ist ja auch neiner. So, mal die W-Punk wegmachen. So, wir rasten erstmal ne Runde. Und in der nächsten Folge die Send-Up ins Gebirge in den eiskalten Schnee. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Die Spacham, die ich mit einem Dachaube auswählen. Die Spacham sind nicht mehr als Dachaube. Die Spacham sind nicht mehr als Dachaube. Die Spacham sind nicht mehr als Dachaube. Ihr magis, du warst am Nassau. Ta barzwa, guarnba de Asta! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017